ich hab von rechts offen wie ich glaube ich ach so ja aber wenn sie durch sägewerk durch schön grus an sturm mann geh links vom haus lang geh ins haus rein erobert reiß kefs und ein bier äh ach so die sägemühle die alter hey hallo was denn du kannst die andere treppe hochgehen da hinten das auch noch eine große piste sondern gehen wir mal in das andere dorf ach so ich hab mir wieder mein arsch nicht eingesaigt mit vaseline gut da läuft jemand ist ein skeptisch richtung dorf aha schießen wir ok wollen wir ins dorf ja hier drinnen stapfen wir hier rum wo bist du im kurs vor deinem haus ok da ist noch einer mit der schrothflinte irgendwo da drüben in dem haus ist der hier ist glaube ich auch einer von den stadt das geht ja übelst gut los schon wieder wenn die zwei schwarzen benen hast du noch einen cms oder so da bin ich mir jetzt gerade alle gemacht was dumm war weil ich noch eine schwere blutung hatte da war es gleich wieder schwarz ich gehe um das haus rum wo bist du ich bin hier an dem schuppen da an dem haus angrenzt Komm schon, ich textiere. Mhm. Danke dir. Ja. So. So. Wollen wir das Haus mal reingucken? Jo. So. So. Da ist jemand. Ich hab nicht gesehen, wo. Ich hab schon wieder ne schwerer Bildung. Ich hab schon wieder ne schwerer Bildung. Ich hab von rechts irgendwie, glaub ich. Ach so. Happen, 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 happen. Gut, gut, gut. Oh mein, der Besser. Komm mal rum. Ich komm mal rum. Du musst verteilen. Wir könnten Bridge Extraction raus machen, wenn du Bock hast. Na, brauchst du Geld. Ey, aber ich bin ja schwer verletzt im Prinzip. Aber ich hab kein Geld mit. Ach so, ich hab Geld mit. Das ist kein Problem. Na, dann musst du da rausgehen. Ich weiß gar nicht, was das kostet. 3.000. Wie viel hast du mit? 11.000. Oh. Soll ich dir 3.000 reinnehmen? Dann packen wir. Ja. Oder? Wir schaffen es doch jedenfalls. Ja. 2.000. Da liegt drinnen. Cool, danke. Problem, du hast mir auch CMS gegeben. Alles gut. Ja. Zumindest trotzdem noch die Skeps draußen. Hast du Pan-Killer? Nee, hab ich nicht. Ja, warte. Wilderweise. Das ist ja nicht mit zum Anhören. Ich nehm mal kurz. Na, aber du hast gut Skeps weggemacht. Ich wünsche 2, ne? Mehr nicht. Es hat auch an Daumen gerummst. Mal gucken, was es anzeigt. 3 Skeps und ne Bier. Mhm. Herr Ober, 3 Skeps und ein Bier. Ich weiß nicht, wo sind wir denn? Warte mal. Old Station. Bei, genau. Bei UN. Hier können auch immer Skeps sein. Und hier vorne ist... Das ist die Old Guest Station. Warte mal, wo seid denn hier hin? Ich muss den sonst die Map anmachen. Ah ja. Ist nicht die Old Guest Station. Das ist nur die Old Station. Old Station, ja. Das ist der Bahnhof. Da. Moin. Ist da vorne einer hier ran? Guckst du drin. Der hockt dort? Achso. Alter. Na gut, dass du was Blaues anhattest. Hab ich nicht gleich erkannt. Gibt's ja schon wieder gut los hier. Ja. Achso, warte mal. Wo sind unsere Ausgänge überhaupt? Die ersten Toten. Aber... So, wo wollen wir denn hin? Ihr müsst Skeps umbringen. Na, bei Ausgurts an die Skeph-Hütte. Achso. Achso. Aber vorher... Vorher ist ja hier noch der Skeph-Hügel. Wo du zum Sägewerk runter gucken kannst. Da sind auch noch ein paar Skephs. Ah, okay. Gut. Und gern unterwegs. Wollen wir mal den Buko reinbringen, wenn du? Ja. Kommt ihr wieder hoch? Ja, oder? Da kommt einer am Berg hoch. Wird dann hier ins Gebüsch rein? Okay, ich hänge hier im Gebüsch. Wau mal. Da. Ich bin vor dir. Was du meintest, kommt jemand den Berg hoch? So. Na, ihr. Achso. Kommt ihr mal den Berg hoch, oder so? Achso. Achso. Ja, wahrscheinlich. Er kommt den Berg hoch. Achso. Oder? Jetzt weiß keine Sau mehr, was ich eigentlich gesagt hab. Selbst ich. Seid ihr da, ja. Bitte, wo du den scheiß Bunker nicht einfach hier irgendwo hin? Ja, doch. Da ist er doch vor uns. Ah, ja. Da leuchtet doch grün. Ja, genau das. Wie sie sich unten tummeln. Jetzt hast du das. Super. Der Alte kann ja aufpassen hier oben. Hahaha. Das brauchen wir beim... Hast du die Kiste nicht Blutbeutel? Nee. Bist immer du hier. Welche denn? Nicht hier oben. Ach, nicht. Achso. Gut. Da ist nichts drin. Ja, komm raus. Nicht schießen. Ja. Hahaha. Ich hänge im Gebüsch. So, hier. So, na dann auf zum komischen Skeftflügel. Oh, das wusste ich nicht, was hier was ist. Nee. Aha. Wieder was dazu gelernt. Nö, wahrscheinlich bloß ein Zweier, oder? Ja. Ne, drei. Klasse drei. Ne, ja dann. Ne, behalt's doch. Hast du schon auf meinen Helm zurückgefahren? Hm. Ne, auf meinen Auen. Ich hab hier diesen Penishalm auf. Haha. Ja. Ja. Wo ist denn hin? Der Eichel. Ja. Der Eichelherr. So, ich drehe das Scheißzell. Wie viel brauchst du heute? Vierer. Vierer. Rechts rum, links rum, oder mitten durch? Okay. Oder wolltest du hier durchsprengen? Nö. Ich weiß es nicht. Nicht, dass auf der anderen Seite der lachende Dritte steht. Eben, eben. Da ist mir eine große Scheibe auf jeden Fall. Mh. Da unten ist das Gap. Alter, der war genau vor mir. Scheiße, sonst war es weg. Da kann man alles nicht weg. Habe ich mich getroffen, Benji? Nö, nö. Beim Scheißen gestört, das arme Schweiß. Nein. Nö den. Habe ich den nutzen denn? Weiß ich nicht. Kann grad nicht gucken. Ich halte hier lieber Wache. Hm. Was heißt denn Rutz? Was heißt denn Rutz? Ich nehme alles mit. Alles Kohle. Die habe ich jetzt eingesteckt. Aber wenn du handelst, dann tue ich die zurück. Nö, nö, nö. Nimm. Gut. Den Rest darf man. Ich bin ein Sparfuchs, weißt du? Ja. Die scheiß Reste auch. Die klingt ja nüch. Ich will bloß kurz, weil ich muss das Lootenskillen. Für Technology Center 2. Hier das Messer hast du liegen lassen. Mensch. Das gute Messer, Alter. 3.000 Obel. So, wo seid ihr? Da hinten. Oh Junge, wie am Spagat halt. Na, weiter. Ja. Aber wir latschen gerade in völlig falsche Richtung, ne? Also unsere Ausgänge sind. Du willst doch durch das Kevhütter, dachte ich. Ja, aber die ist doch, äh. Was? Na ja, doch. Über, ums Sägewehrt rum, oder was? Sägewerk. Ja. Oder willst du durch Sägewerk durch? Nee, Mann. Schönen Gruß an Sturm, Mann. Ich habe keine Schutzrüstung. Ich darf auch keine anziehen. Wo seid denn ihr jetzt schon wieder da? Ich bin neben dir. Matze. Oh. Da schießt. Matze? Das Sniper ist da oben. Ah, ok. Hast du den? Hat sich aber verpisst. Ich habe meinen Rotpunkt nicht so richtig... Kommt, seid ihr da unten? Ja, ja, ja. Matze, wir müssen zusammenbleiben. Oder uns besser kommunizieren. Nicht, dass es wieder schief geht. Weil ihr lauft zum Sägewerk runter. Aber wo müssen wir lang? Naja, ich wäre jetzt hier... So mehr so am Rand oben langgegangen. Ok, dann machen wir das. Mache ich eigentlich. Ich suche mal so. Hat der Essen nicht tot, dachte? Nee. War es weggegangen? Ich würde lieber näher ran halten, dass der eins... Nicht behaken könnte. Ich weiß nicht, wohin ist der Hohensohn. Guck sie oben nach dem Scheiß Kev. Und unten knallen sie dir... ...das Rückgrat weg. Warte mal, ich habe vergessen zu fressen. Meine LHT ist völlig unten. Scheiße. Ach so? Das war kurz. Einmal mit Profis, Alter. Ich hatte gerade einen Tunnelblick. Ich habe mich gewundert. Was ist jetzt los? Ich renne hier vorne aus dem Busch. Bevor mich hier einer abknallt, während du deine Fress-Org hier abhältst. Aber ich will auch mal schnell was... Ich bin schon fertig. Was schnappulieren. Ich hatte eigentlich gedacht, dass der Beutel zuerst gefeuert hat. Die wahnsinnig war. Da habe ich auch. Aber meine Knarre, die... Ich habe wahrscheinlich scheiß Moni. Wo seid ihr? Ich bin hier in einem Baum. Ah, ich sehe dich. Ich sehe dich. Und Benji liegt. Ich bin hier, genau. Ich bin hier. Okay. Das war eine Mine, glaube ich. Die haben einen besonderen Klang. Da hat sich gerade einer gefunden. Das Osterei. Wie sind wir gestern? Oder vorgestern beide? So, Matze, wo lang? Hier geradeaus über die Straße. Hier vorne kommt ja auch nochmal der Checkpoint. Da können auch nochmal Skeps sein. Ach, ja. Da kommt die immer ziemlich ungünstig. Da kommt die von allen Seiten, diese Springer. Nö, eigentlich nicht. Naja, also hier hat man schon mal ganz fies auf den Sack gekriegt. Und dann hat uns ein Spieler weggenommen. Da vorne ist der Checkpoint. Da sparen sie manchmal bis zum Bietungsgett. Echt? Und aber nicht auf einen Haufen, sondern die verteilen sich so im Wald übelstwild. Entweder wird zwischen dieser Ritualstelle hin und her, oder? Mancher, also eh noch. Hm. Ich weiß nicht, was den Schiffen soll. Oh, oh, oh. Warte es auf jemanden? Wer war das? Ich hör es rüber. Ist das von uns vielleicht? Nee, ist ein Skepp. Das ist ein Skepp. Oh ja da, links, links. Geh mal habschuhl Geh mal habschuhl Ich treffe mich Ab, ab, ab Super Zieh jetzt hier rumballern Ja Ich häng hier irgendwie püsch wieder mal Weil mich geht das ganze nichts an Du kannst ruhig mitmachen Nö, ich würde euch dann nicht das Käffs wegbauen Naja aber Ist halt XP auch, ne Genau Da ist auch kein Problem Bevor wir sterben Wollt ihr weiter? Wollt ihr mal kurz eintippen zum Bluten? Achso, ja Oh hier Was heißt hier? Ja, die waren da vor mir Oh Freunde, bist du grad aufgestanden? Ah, ich hab dich auch nicht gesehen, Alter Ich wäre fast über dich drüber gelaufen AKM auf jeden Fall Warte, ich tippe auch mal kurz an Mit holo Okay Also holo Dann bau doch das holo ab, Alter Ja Ja mach Ja mach Ja mach doch Dann bittst du Hast du kein Visier? Also du hast den AK ohne Ja ohne Ah scheiße, der hat ne Weste aber ich darfst du nicht mitnehmen Also mit dem schon Ne, der hat ne Achso ne Body auch mal, die ist doch total kaputt Wird doch ein 0 von 70 Keutel Schrei mich nicht so an Beutel, der Schrottsammler von Von Woods Ja Hier ne Bandage Mensch Das rettet ihren Das ist ein Upgrader Ja Ich kann mich nicht erinnern, dass das mal so teuer war Und die Solarstation Ach, die hatte ich nicht, muss ich sagen Was, die hat sie noch nicht? Vor mir einfach nicht, ne Ja Das ist irgendwie verdächtig ruhig, oder? Ja, ziemlich ruhig Ihr müsst hier mehr so dann Linker Hand Mhm Liegen jetzt, kannst du meinst jetzt? Mhm Ich mach mal die Tür auf Ihr seid schon mal am Fressen und Looten, Alter Die Panthe Vor allen Dingen Sachen, nichts Ich lauf hier los Alleine durch die Pampa Die haben gesagt, dass wir in den Bugger müssen Oh, der Beutel, bist du jetzt? Ja, hab ich doch gerade gesagt Ich geh rechts Wieder geölde Blitz, Junge Er riecht Skews und dann geht's ab Silvesterrakete im Arsch Geh links vom Haus lang Geh ins Haus rein Alter, du Assi Alter, er schreckt mich doch nicht so Alter, knallt ihr euch der Tungelseite? Ich hab doch einen blauen Helm gesehen, dachte, Skeff Wo ist denn dieser Idioten Skeff hin? Ja, das ist bestimmt ins Exit Gar nicht Der ist raus Ich komm wieder zu euch Ah, seh noch Sehen Dieser wahnsinnigen Alter Verstehst du eigentlich gerade die gute M995 Achso Ich bin hinter dir Ja Hast du denn erledigt? Ja, ja Ich würd'n vielleicht mal looten gehen Na los, wo ist denn Matze? Ich bin hier im Gebüsch hinter euch Ich hör immer noch Gebüsch hinter uns Ja, was soll ich machen? Ballern Naja, ich brauch die Skeffs ja nicht Los, wir rennen in den Minenfelder Yippie Beutel, hast du's drauf? Vollgas rein No Kills, trotzdem 1200 XP Ich hab 974 Ich hab nichts gelootet, nichts erschossen Ich war einfach nur mit wie eine Katze Wir können auch was anderes machen, wir müssen ja nicht Ich hab zum Beispiel auf Customs muss ich auch noch Aus Gaps killen Ja, ist okay